Seid mir gegrüßt meine lieben Nakama zur Review und Analyse von One Piece Kapitel 1110 Die Sterne steigen herab. Damit sind natürlich die Gorosei gemeint, die 5 Weisen die höchste Autorität der Weltregierung. Und tatsächlich, so wie ich es mir zumindest gewünscht habe, bekommen wir in diesem Kapitel die Fähigkeiten bzw. die Formen dieser 5 krassen Charaktere vorgestellt. Sie sind teilweise ziemlich beeindruckend, nicht alle sind damit zufrieden und ich werde auch weiterhin davon ausgehen, dass es sich hierbei um mystische Sohan-Teufelsfrüchte handelt. Denn die Attribute, die wir von diesen Charakteren sehen, wie eine normale menschliche Form, eine Hybridform und die volle Bestienform oder halt eben auch der Wolkenschal, sprechen halt eine eindeutige Sprache. Es kann natürlich auch trotzdem sein, wie in vielen Spekulationen und Theorien, dass es sich hierbei um etwas komplett Neues handelt. Aber warten wir doch einfach mal ab, was uns Oda am Ende präsentiert. Denn Teufelsfrüchte bestätigt er in diesem Kapitel leider nicht. Wir steigen hinein in dieses Hype Kapitel mit der Cover Story. Diese hat nun auch einen Titel bekommen und zwar Yamatos stellvertretender Koinari Schreinbesuch. Der erste Gedanke, den viele hatten, dass er sich bei der nächsten Cover Story um Yamato und ihre Reise rund um Wano Kuni drehen könnte, wurde damit bestätigt. Wir hatten zwar ein paar ganz andere, sehr interessante Ideen, wie Marco der Phönix, der eventuell Edward Weevil aus Impel Down befreien könnte. Von diesem Storystrang haben wir lange nichts mehr gehört. Und auch wenn das sich erst einmal etwas langweilig oder langatmig anhört, diese Cover Story birgt ein großes Potenzial. Und ich kann mir auch gut vorstellen, warum es so lange gedauert hat, bis diese Cover Story gestartet ist. Und zwar, als wir den Moment bekommen haben, als Karibu auf die Blackbeard Piraten gestoßen ist und etwas ganz wichtiges Blackbeard mitteilen möchte, weil er ihn schon lange bewundert, wissen wir natürlich, dass Blackbeard die Information erhalten wird, wo sich die Bluton befindet. Und Blackbeard könnte tatsächlich auf die Idee kommen, sich die Bluton unter den Nagel zu reißen. Denn welcher Antagonist in One Piece hätte nicht gerne eine antike Waffe? Kommen wir aber zurück zur Cover Story. Dort sehen wir Yamato. Sie ist zusammen im Palast in der Blumenhauptstadt mit Momonosuke, der von dieser Idee nicht so wirklich begeistert ist. Denn sie kündigt jetzt an, dass sie eine Rundreise durch Wano Kuni machen möchte, genauso wie es damals Oden getan hat. Also, wir bleiben gespannt, wo wir dort hingehen werden in Wano Kuni. Was natürlich interessant werden könnte, ist, dass Wano Kuni ja durch das Auftauchen von Admiral Ryokyu, also Aramaki, wieder erblüht ist. Und wir sehen vielleicht auch ein paar Aufbauarbeiten, wie es wieder vorangeht mit Wano Kuni. Und am Ende dieser Cover Story, das habe ich ja eben auch schon erklärt, könnte tatsächlich Blackbeard auftauchen. Also, erinnert euch einfach zurück an die letzte Cover Story rund um die Germa Doppel 6. Die war am Anfang auch etwas langatmig, aber dann wurde sie extrem interessant. Steigen wir nun in das Kapitel ein und das beginnt im Grunde genau dort, wo das letzte Kapitel geendet ist. Und zwar mit vier schwarzen Blitzen, die von oben herab auf Egghead Island einschlagen. Wir sehen die Reaktionen darauf an der Küste, wo sich die Marineschiffe befinden. Beispielsweise von Vize-Admiralin Bluegrass. Dole sehen wir auch, denn die beiden befinden sich immer noch auf einer dieser Seeungeheuer-Waffen, die sie ja mit ihrer Teufelsfrucht gezähmt hat. Und auch sie, man merkt es ihr ein bisschen an, hat einen ängstlichen Blick. Und die anderen Marinesoldaten wundern sich natürlich auch, was da gerade passiert. Aber einem fällt natürlich auf, dass sie das vorher ja auch schon mal gesehen haben. Nämlich vorhin, als Sand Saturn aufgetaucht ist. Was uns diese Aussage sagt ist, dass seitdem wirklich nicht viel Zeit vergangen ist. Vielleicht auch nur ein paar Stunden. Dann sehen wir die Reaktionen auf der Seite der Riesen. Also beziehungsweise dort, wo sich die Schiffe befinden. Von Frankie, von Jewelie, Bonnie und von Atlas. Die sind auch so ein bisschen geschockt. Bonnie macht sich so ein bisschen Sorgen um die Leute dort. Dann sehen wir andere Riesen. Zusammen mit Pazifister zerstören sie weiterhin Marineschiffe. Das muss natürlich aus Seiten der Marine unterbunden werden. Und dann sehen wir Boogie und Boogie und noch zwei weitere Riesen, die es in das Zentrum zieht. Das ist auch relativ wichtig für das Ende dieses Kapitels. Und dann machen wir einen kurzen Sprung in das Heilige Land nach Mary Joa. Und zwar in den Saal der Macht, also den Gorosei Raum. Und dort sind aber gar keine Gorosei mehr. Sondern stattdessen sehen wir nur eine riesige Übertragungstele-Schnecke. Die scheinbar die Übertragung von Vegapunk in diesem Raum überträgt. Und in der Mitte sehen wir einen riesigen Magiezirkel, den wir ja ebenfalls schon von Saturn kennen. Aber die Gorosei sind nicht mehr dort. Also können wir davon ausgehen, sie sind in Persona nach Egghead Island beschworen worden von Saturn. Weil ich gehe weiterhin davon aus, diese Fähigkeit wird erst einmal nur exklusiv für Saturn sein. Sonst hätten wir da vielleicht vier Magiezirkel gesehen, statt eben nur diesen einen großen. Und da könnten wir eventuell auch spekulieren, dass sich die Gorosei die ganze Zeit über diesen Magiezirkel miteinander ausgetauscht haben. Sie haben sich ja im letzten Kapitel unterhalten. Oder sie haben tatsächlich eine dieser riesigen Teleschnecken benutzt. Und während das Ganze passiert, sehen wir ein Gespräch zwischen Vegapunk mit Chaka und natürlich Pythagoras. Es ist natürlich weiterhin diese Aufnahme, die wir gesehen haben. Wir hören zum Beispiel, dass sich Vegapunk einen Vegacoffee gemacht hat. Ein absolutes Wunderwerk, denn nur mit einem Körnchen kann man aus einer Tasse Wasser einen heißen Kaffee machen. Da ist er ganz stolz darauf. Und dann geht die Unterhaltung weiter über diese Zeitvorgabe von zehn Minuten, die sie festgelegt haben. Und dass sie nicht so penibel streng darauf achten müssen, dass es genau zehn Minuten sind. Sie einigen sich dann darauf, dass sie jetzt noch sieben Minuten warten. Und dann halt die Wahrheit über diese Welt verkünden, die die ganze Welt schockieren soll. Und während wir diese Übertragung hören, sehen wir die Gorosei auf Egghead Island auftauchen. Erstmal so als Schattenwesen würde ich es jetzt mal bezeichnen. Sie kommen aus diesen Magiezirkeln, die wir schon im letzten Kapitel gesehen haben. In einem dieser Zirkel können wir auch eine weitere Zahl erkennen. Ich würde sagen, es ist die Zahl vier. Was auch immer das zu bedeuten hat. Und währenddessen reagiert natürlich auch Ruffy darauf, was gerade vor ihm auftaucht. Und meint nur, jetzt sind es fünf Monster. Dazwischen sehen wir auch Sanji, der den Körper von Vegapunk auf den Schultern trägt. Und vermutlich weiter versucht, aus dem Zentrum zu entkommen. Also er wird wahrscheinlich nicht zurückkehren, um Ruffy zu helfen. Er hatte ja auch den Befehl bekommen. Egal was passiert, renn weiter, rette Vegapunk. Ob er noch zu retten ist, ist natürlich fraglich. Aber die Szene gibt zumindest einen Funken Hoffnung. Ich gehe trotzdem weiter davon aus, dass Vegapunk gestorben ist. Und wir bekommen den letzten Teil der Nachricht an dieser Stelle. Was ein böses Foreshadowing sein könnte. Und da bezieht sich auch nochmal darauf, dass sie jetzt hier nochmal diese Zeitvorgabe haben. Denn selbst wenn die Leute versuchen wollen, würden diese Übertragung zu unterbrechen. Würden die das nicht schaffen, weil sie ja gar nicht in der Nähe von Egghead Island wären. Währenddessen sehen wir halt gerade, wie die Gorosei auf Egghead Island alle eingetroffen sind. Also auch da hat sich Vegapunk mal wieder geirrt. Und dann bekommen wir die Fähigkeiten vorgestellt von den Gorosei. Beziehungsweise den Yokai, auf dem sie basieren. Beziehungsweise der Bestie. Weil einer fällt hier so ein bisschen aus dem Rahmen. Wir beginnen mit St. J. Garcia Saturn. Er ist ein Giyuki und ihr habt mir das ja im Vorfeld mitgeteilt, dass das im Grunde nur ein anderer Name für den Ushioni ist. Also daran hat sich nicht so viel geändert. Das einzige Besondere ist hier, wir werden es nicht als Teufelsfrucht vorgestellt bekommen. Also beispielsweise die Oni Oni no Mi, mystisches Modell Giyuki. Sondern wir bekommen hier nur den Namen Giyuki gesagt. Und das gilt auch für alle weiteren Fähigkeiten, die jetzt hier vorgestellt werden. Dann haben wir St. Marcus Mars. Er war ja in diesen Silhouetten der Vogel. Und tatsächlich ist er auch ein Yokai-Vogel. Der Itsumade. Das war ja auch einer meiner Tipps für diese Teufelsfrucht. Ich habe natürlich nicht bei allen richtig gelegen, aber einen Glückstreffer habe ich gelandet. Dann kommen wir zu einem riesigen, ich würde sagen Wildschwein. Ein Hoki, der aber in der englischen Übersetzung Feng-Chi genannt wird. Ich kann mir ähnliches vorstellen wie beim Giyuki und Ushioni. Dass das ebenfalls der gleiche Name für das gleiche Wesen, für den gleichen Yokai ist. Er ist die Verwandlung von Sand Topman Vakuri. Und von ihm bin ich in diesem Kapitel, ich will nicht sagen enttäuscht. Aber er zeigt halt so im Grunde gar nichts in diesem Kapitel. Dann haben wir Sand Ethan Barone Venus Yuru. Den Gandhi Gorosei, wie ihn viele ja immer noch nennen. Er ist ein Bako-Tzu. Und da konnte ich im Internet eigentlich im Grunde gar nichts finden. Ich kann es euch aber kurz erklären. Er ist ein riesiges Skelett-Pferd. Und hat scheinbar auch eine Connection zum Totenreich, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und dann den, den ich euch schon versprochen habe, der hier so ein bisschen aus dem Muster fällt. Shepard Jupiter. Denn er ist scheinbar kein Yokai, sondern er ist einfach nur ein Sandwurm. Und hat komischerweise ein X im Gesicht. Ich habe keine Ahnung, woher dieses X kommt. Es könnte das Maul sein. Aber das Maul, das wir später geöffnet sehen, sieht dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Na, mal gucken, ob wir im nächsten Kapitel da bessere Panels bekommen, damit wir das besser einordnen können. Und ich hoffe natürlich auch im nächsten Kapitel werden wir etwas mehr von Topman Valkyrie sehen. Da wir in diesem Kapitel auch eine epische Doppelseite bekommen, wo wir alle fünf Weisen, also die Gorosei, in ihrer Bestienform sehen, kann ich auch mal kurz meine Meinung dazu kundgeben. Ich finde die eigentlich alle ziemlich episch. Ich finde, es passt zum Stil von One Piece. Am besten gefällt mir hier Markus Maas, der den Itzumade darstellt. Der soll ja angeblich eigentlich ein menschliches Gesicht haben. Hier wurde darauf verzichtet. Dafür hat er so eine Art Geierhals bekommen. Ich kann es jetzt nicht anders da beschreiben. Und ich finde, er sieht ziemlich episch aus. Aber mir gefallen im Grunde alle Designs. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir hier eins nicht besonders gefällt. Jetzt gehen wir so ein bisschen im Einzelnen auf die Gorosei ein und beginnen mit Ethan Barone Venus Juru. Also das Skelett fährt und wir sehen, dass er erst einmal das Observationshaki als eine Art Sonar einsetzt und stellt erst mal fest, wo sich die ganzen Pazifista Mark III auf der Insel befinden. Denn die greifen ja weiterhin die Marine Schiffe an. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, das muss unterbunden werden. Jetzt verwandelt er sich in seine Hybridform, was natürlich wieder für eine Soan Teufelsfrucht spricht. Er heißt, er sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Centaur mit einem Unterteil eines Skelettpferdes. Und der obere Teil ist scheinbar sein menschlicher Körper ohne besondere weitere Merkmale außerhalb diesem schwarzen Wolkenschall, der immer noch eben um ihn herum ist. Und er hat sein Schwert gezogen, was übrigens ein Black Sword ist. Kann natürlich auch sein, dass es einfach nur mit Rüstungshaki überzogen ist. Ich glaube aber nicht, dass er hier irgendeine Haki-Art einsetzt. Und er ist blitzschnell. Er rennt über die ganze Insel und greift alle Pazifista an, die er auch direkt besiegt mit einem Schlag. Und wir sehen bei diesen Schlägen, dass Venus Juru hier höchstwahrscheinlich die Kälte aus dem Totenreich nutzt. Also ähnlich wie das Broke mit seiner Totenreichfrucht getan hat und wahrscheinlich auch weiterhin tun wird. Ich meine, er hat das allein in diesem Arc eingesetzt, indem er diese Eisbahn erschaffen hat, damit man die 1000 Sunny bewegen kann. Und er zerstört die Pazifista Mark III nicht, sondern er friert sie quasi nur ein. Was im Grunde eigentlich ein ziemlich cleverer Move ist, denn die Weltregierung möchte ja danach noch die Pazifista für ihre Zwecke nutzen. Und das führt er jetzt auch für den Rest des Kapitels fort. Wir sehen ihn auch, dass er einmal rund um Egghead Island reitet und nur die Pazifista angreift. Wir bekommen auch die Information, dass er schon über die Hälfte ausgeschaltet hat, was die Marine natürlich richtig freut. Oh mein Gott, da sind Verbündete aufgetaucht, die helfen uns jetzt. Und jetzt haben wir endlich auch das Problem mit den Pazifista gelöst. Wir sehen auch kurz Vize-Admiral Dobermann, der direkt sagt, okay, das ist jetzt der richtige Moment, tötet Julie Bonny. Was ich ein bisschen arschig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, denn sie ist immer noch ein 12-jähriges Mädchen und ich denke, er weiß das auch. Und zum anderen ist doch das Problem mit Julie Bonny, also dass sie die Kontrolle über die Pazifista hat, durch Venus Juru gelöst. Aber gut, er kann auch nicht so ganz sicher sein, was da gerade alles mit den Pazifista passiert. Und auch die Marinesoldaten haben nicht so ganz genau erkannt, was da passiert. Sie haben nur ein Pferd an der Küste vorbeireiten sehen. Aber Venus Juru muss sich scheinbar so schnell bewegen, dass man ihn kaum sehen kann. Und dann sehen wir natürlich auch wieder Sanji, der bemerkt hat, dass Markus Maas in seiner Form des Itzumade aufgestiegen ist. Ich finde das Panel ziemlich nice. Und er nähert sich der Barriere. Deswegen kontaktiert Sanji jetzt Nami und alle oben in der Laborphase, dass sie jetzt keine Zeit haben, irgendetwas zu erklären. Aber sie müssen unbedingt weg. Sie müssen absolut weg dort oben, denn es wird jetzt brandgefährlich. Die Situation ist kritisch. Und im nächsten Moment sehen wir auch, wie Markus Maas die Barriere angreift. Wir sehen auch auf einem Panel, dass die Barriere noch bei 100% ist. Und scheinbar basiert sein Angriff darauf, dass er als Vogel einfach komplett dagegen prallt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist er nur dagegen geprallt oder ist er durchgekommen? Wir sehen eine Explosion. Aber das haben wir damals bei Jolie Bonny, als sie getreten wurde von Kizaru. Auch ziemlich arschig. Sie ist ja auch gegen die Barriere geflogen. Es gab eine Explosion. Und am nächsten Moment war sie ja dann draußen und ein bisschen beschädigt. Kann natürlich sein, dass Itzumade, Markus Maas hier sich dafür entschieden hat. Okay, Harakiri, ich muss unbedingt in die Laborphase kommen, unabhängig von der Barriere. Denn ich muss die Übertragung von Vegapunk stoppen. Heißt also, im nächsten Kapitel könnte es sein, dass sich Markus Maas innerhalb der Barriere befindet. Und dann wird es natürlich gefährlich für die Charaktere durch. Man könnte natürlich sich darauf einigen, okay, das hätten doch die Leute dort oben mitbekommen. Aber, zumal Zorro und Jinbei noch ein bisschen abgelenkt sind mit Rob Lucci, zu dem komme ich jetzt gleich. Und die anderen sich auf der anderen Seite der Laborphase befinden, also im hinteren Teil. Während hier Markus Maas von vorne hineingestürmt kommt. Ich bin mal gespannt, wie das im nächsten Kapitel weitergehen wird. Weil ich glaube nicht, dass er da so einfach gescheitert ist mit einer Attacke gegen die Barriere. Das wäre ja dann schon ein bisschen blauäugig. Und wir haben ja gesehen, durch die Barriere zu kommen, ist ja nicht so das Problem. Das Problem ist, dass man dadurch hohen Schaden nimmt. Bevor wir uns jetzt selbst in die Laborphase begeben, gehen wir noch einmal kurz zurück in das Zentrum. Wir sehen, Ruffy kämpft weiter gegen Saturn. Er setzt weiterhin diese Tentakel gegen Ruffy ein, was wieder keinen Nutzen hat. Also, er hat aus den letzten Kapiteln nicht so viel gelernt. Walkery steht einfach nur an der Seite und guckt zu. Ich will ihn nicht kritisieren. Es war einfach vielleicht gar kein Platz mehr da, um ihn auch noch in Aktion zu sehen. Das heißt, Daumen drücken für das nächste Kapitel. Und wir sehen Shepard Jupiter, den Sandwurm, der sich jetzt in den Boden eingräbt. Er setzt also die Schauflerattacke ein. Ruffy ist das nicht entgangen. Und er fragt sich, ob es sich hierbei um einen Regenwurm handeln könnte. Dann gehen wir dann auch in die Laborphase. Und da wird nochmal über die Nachricht von Sanji gesprochen. Dass er sagt, sie müssen jetzt ganz dringend abhauen. Und sie sagen, dass jetzt die beiden Teams oben, nämlich einmal das Usopp-Team und das Brook-Team, jetzt zusammengekommen sind. Die Eisbahn ist zu Ende. Sie sind aber nicht runtergefallen gegen die Barriere, sondern Usopp hat sie aufgehalten mit einem Greenstar-Bit Javelin. Also er hat dann so Speere aus Bambus erscheinen lassen, gegen die die 1000 Sunny geprallt ist. Und Brook meint auch noch, hey, wir haben es doch super geschafft, während Lilith wieder ausrastet und Brook hier gegen Schienbein tritt. Finde ich ziemlich witzig. Dann sehen wir Jinbei, der natürlich auch das Gespräch zwischen Sanji und den anderen mitbekommt. Und da geht es jetzt darum, dass man Zorro ganz dringend abholt. Und egal, ob er jetzt mitten im Kampf ist, dann muss Jinbei ihn halt einfach mit Gewalt holen. Und ja, dann sehen wir endlich den Kampf wieder. Zorro gegen Rob Luchi. Beide sind so ein bisschen außer Atem, kann man hier sagen. Es steht ja auch hier, Keuch, Keuch, ein bisschen angeschlagen, so ein bisschen auf gleicher Höhe. Aber macht euch keine Sorgen, der Kampf wird in diesem Kapitel beendet werden. Aber scheinbar braucht Zorro nochmal so das letzte Fünkchen Motivation dafür, Rob Luchi zu besiegen. Also wir können uns darauf einigen, Zorro hat bisher nicht so wirklich ernst gemacht. Er bekommt nämlich jetzt das Gespräch mit, was Jinbei mit Sanji führt. Und Sanji weiß vielleicht so ganz genau, welche Worte er benutzen muss, um da das letzte Fünkchen Motivation aus Zorro herauszukitzeln. Er sagt nämlich, dass dieser Spinatschädel zu nichts taugt und dass er nur ein Ballast für die Crew ist. Und das macht Zorro natürlich sehr, sehr wütend. Zwischendurch hat Rob Luchi es auch geschafft, ein Schwert von Zorro wegzuschlagen. Das ist in die Luft geflogen, hat sich da die ganze Zeit gedreht. Deswegen hat jetzt quasi Rob Luchi kurze Zeit ein Momentum und er benutzt hier eine Attacke namens Handpistole Madara. Madara heißt scheinbar übersetzt so etwas wie Flecken. Merkt euch das jetzt hier schon mal. Zorro hat aber mit dieser Attacke keine Probleme. Er weicht aus, fängt das Schwert, was jetzt wieder von der Luft aus nach unten kommt, auf. Setzt jetzt den Drei-Schwerter-Stil ein und benutzt dann eine neue Attacke namens Hahawa Madagari. Und das bedeutet so viel wie der Fleckenjäger und das passt ja sehr gut zu Rob Luchi, denn er ist ja ein Leopard, der halt eben diese Leopardenflecken hat. Und mit dieser Attacke gelingt es Zorro dann auch endlich Rob Luchi zu besiegen. Wir haben auch schwarze Blitze gesehen, also können wir davon ausgehen. Er hat auch bei seinem Angriff Königshaki verwendet oder zumindest ein sehr starkes Rüstungshaki. Dann kehren wir zurück ins Zentrum, denn Shepard Jupiter, der sich vorhin eingegraben hat, taucht jetzt aus dem Boden wieder auf und verschlingt Ruffy mit einem Bissen. Also er befindet sich jetzt innerhalb dieses Wurmes. Und in dem Moment tauchen dann Boogie und Boogie auf. Die unterhalten sich währenddessen und sagen, hast du das gesehen? Und sagen, ja, er befindet sich jetzt im Inneren dieses riesigen Wurmes und ein finsterer Ort ist nicht das Richtige für einen Mann wie ihn. Deswegen setzen sie jetzt eine gemeinsame Attacke ein namens Sonnensäge. Und mit dieser Attacke zerschneiden sie Shepard Jupiter, dem Sandwurm, in drei Teile. Ruffy kann wieder herauskommen, wundert sich natürlich, dass die Riesen dort sind. Wir sehen aber an seinem Gesichtsausdruck, er freut sich natürlich sehr, Boogie und Boogie wiederzusehen. Und die freuen sich auch, Ruffy wiederzusehen und sagen, ja, hey, Strohhut, lange nicht gesehen. Wir mussten dich einfach treffen. Und an dieser Stelle ist dann auch dieses Kapitel zu Ende. Und lasst uns einmal ein bisschen über das Finale sprechen. Denn viele Leute kritisieren jetzt an diesem Punkt, wie stark sind jetzt eigentlich die Riesen. Sie haben ja nicht mal Haki eingesetzt, aber ja, zur Verteidigung von Shepard Jupiter, ja, er höchstwahrscheinlich auch nicht. Er sieht zwar aus wie ein schwarzer Wurm, aber ich gehe immer stark davon aus, er wird nicht dauerhaft Rüstungshaki um sich herum haben. Ich gehe aber stark davon aus, er wird krasse Regenerationskräfte haben, so wie eben J. Garcia Saturn. Und der hat ja auch schon ein bisschen harte Angriffe abbekommen. Und im nächsten Moment hatte er das schon wieder wegregeneriert. Also ich gehe stark davon aus, die Regeneration könnten wirklich Fähigkeiten sein, die alle Gorosei besitzen. Aber scheinbar hat Shepard Jupiter nicht diese harte Widerstandskraft, wie es eben bei Saturn ist, wie Ruffy das auch im letzten Kapitel angemerkt hat. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Jupiter wurde hier komplett überrascht von den Riesen. Also der hatte jetzt nicht damit gerechnet, bei der Attacke auf Ruffy, dass die Riesen im nächsten Moment mit ihrer Sonnensäge-Attacke, was natürlich perfekt zu Nika passt, ihn zersäbeln. Also ich bin mal gespannt, wie es im nächsten Kapitel weitergeht. Vielleicht kann Jupiter dann auch so seinen Ruf wieder ein bisschen herstellen, genauso wie Valkyrie, dass wir im nächsten Kapitel auch ein bisschen was von ihm sehen. Ich bin gespannt, ob es Markus Mars geschafft hat, innerhalb die Barriere zu kommen, in die Laborphase. Dann könnte er jetzt auf Zorro, der zwar ein bisschen erschöpft ist, aber wahrscheinlich noch ein bisschen Widerstand leisten kann, gegen den Gorosei. Und Jim Bait zu treffen, weil die müssen ja verhindern, dass der zu den anderen kommt in der Laborphase, zu den schwächeren Charakteren, damit die weiterhin halt die Flucht planen können. Und vielleicht haben sie es auch mitbekommen, sie müssen ja auch verhindern, dass die Übertragung nicht verhindert wird. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und was ich mich an dieser Stelle auch frage, was ist eigentlich mit den anderen Charakteren? Stassi haben wir jetzt auch nicht wieder gesehen. Klar, wir haben dieses eine Panel, wo eventuell auch Nico Robin zu sehen ist. Gut möglich, dass wir sowohl Nico Robin als auch Stassi nicht in einer Nahaufnahme gesehen haben und deswegen sind die schwer zu erkennen. Aber was ist zum Beispiel mit Addison? Kommt der auch mit? Hilft der irgendwie, dass die Übertragung nicht beendet werden kann? Im Grunde muss ja auch einer zurückbleiben, um die Barriere noch zu deaktivieren, weil die ist ja auch für die Flucht hinderlich. Und was ist eigentlich mit York? Hat man die irgendwo gefesselt? Nimmt man die mit? Lässt man die zurück? Und in diesen, ja, Seesteinblasen befinden sich ja auch immer noch die Seraphine, sowohl als auch die Kaku noch von der Cypherpole AEG Zero. Also es ist noch viel Potenzial in dieser Laborphase, was da passieren kann. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass nicht nur Kapitel 1111 ein krasses Hype-Kapitel wird, sondern die nächsten drei, vier Kapitel könnten der absolute Hype werden. Auf eine Fortsetzung der Cover-Story müssen wir dann aber erst einmal länger warten, denn im nächsten Kapitel ist bereits ein Colorspread angekündigt. Vor kurzem ist ja Akira Toriyama, der Mangaka von Dragon Ball, verstorben. Er war ein großes Vorbild von Echiro Oda, kann mir also gut vorstellen, dass er mit diesem Colorspread den Großmeister ehren wird. Und an dieser Stelle sind wir dann auch am Ende von diesem fantastischen Kapitel angekommen. Und ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir die doch mal gerne in die Kommentare und vergesst natürlich auch nicht eure Fragen für die Nachbesprechung morgen um 17 Uhr hier live auf YouTube und im Anschluss natürlich als Video verfügbar. Ich bin gespannt auf eure Fragen, ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Reviews und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für ihr Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme und wunderbare Zeit. Ich sage Ade.